Voller Heim, herrlich. Wenn ich vor Gewalt stehe, ist das nicht in Ordnung. Du Schmusekater, weißt du, von der Maske? Wie willst du damit erschrecken, du Schäfiger-Vogel? Du hästig, ja, laut. Was ist denn jetzt mit deiner Kont, Buddy? Ah, ich hab doch noch genug. Du weißt ja, ich hab doch 10, 5. Ja, gehst du jetzt mit einem anderen live, oder was? Ach, du bist so ein kleiner Hohenköppel, weil du Mutterficker bist, weißt du? Du bist doch ein Mamaficker, oder? Ey, kannst du mir mal deine Schwester vorstellen? Du bist doch ein Mamaficker, oder? Bist du nicht ein Mamaficker? Du bist doch ein kleiner Mamaficker, oder? Miau, miau. Du bist doch ein kleiner Mamaficker, ne? Der bei Mama wohnt. Miau, miau. Ein kleiner dreckiger Kölzer, du. Miau, miau. Nicht, miau. Ah, ah, ah. Ah, er als kleines Kind missbraucht worden ist. Ja, ey, komm, ey, komm, zeig mal deinen Sipp, ob der größer ist als meiner. Komm, wir machen mal einen Schwanzvergleich. Ja, mach mal. Zeig mal deinen Sipp. Ja, zeig mal. Bist du doch zu feige für? Ja, zeig mal deinen dreckigen Sipp. Bist du doch zu feige für? Komm. Du ekelhafter Hurensohn, du. Da du auch so Gedanken kommst, ne? Du dreckiger Hurensohn. Miau, miau. Ich mag deine... Wie? Ja, ich mag deine... Untertitelung des ZDF, 2020